Ja, hallo! Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin hier heute in Kastelstaat an der Saar und möchte den Kastler Felsenpfad wandern. Der ist etwa 9,1 Kilometer lang und führt am Altfels vorbei. Das ist eine sehr spektakuläre Sandsteinfelsformation. Ja, und wenn ihr Lust habt, dabei zu sein, dann bleibt einfach dran. Musik 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 Da oben liegt auch der Altfels, da wollen wir hin. Aber erstmal müssen wir dieses Tal durchqueren, einmal runter und wieder hoch. Auf geht's! Musik 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 Das war's. Ja, da bin ich jetzt am Altfels angekommen. Das ist hier echt eine super schöne Aussicht von hier. Und ja, dieser Fels wurde früher mal Watzmann genannt, keine Ahnung warum. Ja, und da drüben auf der anderen Seite ist es auch Kastelstaat, da wollen wir auch gleich wieder hin. Aber erst mal machen wir ein kleines Päuschen. Ja, das ist heute echt ein richtig schöner Tag. Der letzte im März. Und in ganz Deutschland bestehen noch die Ausgangsbeschränkungen wegen dem Coronavirus. Und ich denke, spazieren gehen oder wandern ist in der Zeit fast das Beste, was man machen kann. Ja. 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 doch bitte eine bewertung da und ich würde mich auch über kommentare freuen bis zum nächsten mal